Etwa jeder dritte Oberschüler gab an, verbaler Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein. Dies ergab eine Umfrage einer NGO für Kinderwohlfahrt. Fast 70% der Kinder wiederum gaben an, sich durch verbale Gewalt stärker als durch physische Gewalt verletzt zu fühlen. Auch Erwachsene wurden untersucht. In einer Studie gaben mehr als 70% von ihnen an, verbale Aggression durch die Eltern erlitten zu haben. Gut 70% von ihnen litten weiter unter den Einflüssen der früheren verbalen Aggressionen. Im Falle von Kommunikationskonflikten legt die NGO daher nahe, die Ruhe zu bewahren und eine angemessene, nicht aggressive Wortwahl zu wählen. Arroganz und demütigendes Verhalten sollte vermieden werden, um Kinder nicht zu verängstigen. Empfohlen wurde häufigere Kommunikation. Sollte es zu emotionalen Ausrutschern kommen, sollten deren Negativ-Einfluss durch verstärkte Beziehungspflege in friedlichen Zeiten abgebaut werden. Die Ergebnisumfrage wurde am 19. November, dem Tag des Orangenen Bandes, für mehr Kinderliebe und Gewaltfreiheit herausgegeben. Verrückungspflege in friedlichen